So 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 erstmal versuchen mitzuhalten Zwar nicht Stufe 3, aber Stufe 1 hab ich immer Achso Was versuchst du immer Kamehameha wenn ich daneben stehe? Keine Ahnung Als wenn ich die jetzt machen lassen würde Oh da hab ich überhaupt irgendwas Ja ich glaub ich hab was So probieren wir uns Oh ja kommt dann Nooo Siehste Ah shit 14.000 Damage Boah geil So Wahnsinn auf 3 Wow was für ein Wahnsinn Was hab ich? Ah ich konnte mich treffen Nein Ganz knapp Mensch wie geht das Ziel Muss gelernt sein Weißt du wie geil das bei mir grad aussah Stumpst mit so einem Angriff auf mich zu Ne guck ich doch noch Ich hab grad einen anderen Angriff gemacht Ja ich kann mich auch hochschneiden Wusste ich noch gar nicht Ach ganz ehrlich Wenn ich jetzt wüsste wie man ausweicht oder blockt der Kampf Da könnte sie geil nehmen Ja Guck mal das ist Stage End Das hab ich grad rausgefunden Das wusste man nicht Au Au Man schlägt keinen verbündeten Rücken Man schlägt keinen verbündeten Rücken So Maximaler Flash Au Tja 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 Taktisch unklug Wie netter Bäm So wie mach ich jetzt platt? Auf ganz coole Weise Tja Kaum Ran Was war denn das? Das war eigentlich Vielleicht mal die ganzen Skills von so ein Grupp so angucken Das wäre dann cool Ich weiß es auch Ich drück mal den Fototast um zu wissen was da steht Achso So warte wir wollten Ähm Charakterwahl Ja wäre gut Und Stagewahl Ja Stage ist die Eigenschule Wollen wir vielleicht was mal Teamkampf machen? Ja ist eine Idee Sehr gut Und ich würde sagen im ZP-Kampf Was ist der ZP? Da hast du Zerstörungspunkte Ich hab dir auch grad durchgelesen Das heißt Ähm Ich glaub wir haben jetzt 20 Punkte zur Verfügung die wir irgendwie ausgeben können und die wird einfach gehört Ja Das heißt Du müsstest auf Schwarzern treten Ja Ja Erstmal Margin will jeder 8 Punkte geben weil das ist das meiste was ich hab Ähm Sieben für den Freezer da Ja Ah nochmal 8 für Kitu Hier nochmal 8 Ser Junior Such mal noch einen Schwachen Ich hab mir so noch gar keinen Ist auch gut Warte warte Ne man kann den also nicht schon in eine verwandelt Doch kann man Ah dann kostet die mehr Ne Sorry Das ist schon ein Ja Das ist ne Strategie oder was? Ja Solange wirst du keine Lust mehr hast Und dann Ja Oh neun Punkte What the Shit Gut Gut dann Gruppe Ende Du kommst mit Ah Vegeta Warum nicht So die Standardseier Gins halt Ich brauch noch ein Dreier Gibt's irgendwo ein Dreier Ja Ich hab schon zwei Jahre gesehen Ach Mr. Satan ist ein Einer Ja dann nimm zwei und ein Einer dann passt das auf Ich hab noch vier Punkte frei Ja Ich hab Kuldo Ne komm da Da kommt Kuldo raus Das Pico lösch und bleibt dann erst mal weg Das ist Held Jumor Trunks? Ne Nicht mit Schwert Wirst du ruhig mal mehr Ich glaub nicht sind mehr Punkte Nein mehr freischalten können Ja das hätt ich wahrscheinlich machen können Ist aber in jedem Spiel das Problem oder? Mhm Ja du nie bist zum Ende spielen kannst Ich bin fertig Ja komm ich auch Ich kann nichts mehr wählen Achso Nein ich bin fertig Pico-Virus gemacht In Slap Pico-Virus So Alter Du musst auch noch irgendwie auf Ende kommen Okay Such mal B Und dann musst du endlich gucken Achso Du hast 3 Grad Therme Ja Wow Der Challenge Schön Wie viel hast du? Du hast es nicht mal geschafft Ja Ja Oh ins Weltall gehen wir jetzt Oh hier blieb San Gokos Essen Ah weh abgeschmackt Ich glaub das ist schnell wenn du mitmachst Machst du das jetzt alleine oder nicht? Ja Ich muss alleine fressen Gut du hast ja auch peck Ja aber San Gokos nicht Ich glaub das war richtig unklug Was? Was? Dass ich mir das Mikro direkt neben was gestellt habe? Wohin sonst denn? Wie sollte man es denn nicht? Ja Theoretisch wie näher es ist Weiß noch was Guck mal ich flieg schon runter Oh nö Ich flieg kein Luft mehr Was machst du halt? Kann ich rauf? Ja Ah jetzt komm ich rauf Ich seh dich schon nicht mehr Oh man noch da Zescher Ich flieg schon die ganze Zeit nicht mehr Oh das Raumschiff ist komplett gegangen Wie schnell das kaputt geht Nicht Meteorfahrer Ja Kamehameha 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 Das Raumschiff war ein B Oh man Fliegen wir mal weg Ja So Ein langen Streckenkämpfer Gut ich wär bereit Kannste Na wait for it Einfalls Und los Nein Mann Ich will schon wieder nicht Super Saiyan Shin Das ist voll unfair Puh Nein Glück Der Schaden 22.000 No Oh Komm ich versteck mich Hat er Angst Nein ich hab nicht Angst Ich weiß bloß man es besser ist Mal ganz kurz Luft anzuhalten und mit solchen Treffernächer anzumachen Ich seh dich ja nicht mal im Geiru Wissen Der Punkt um die Strahlen her Komm Ach da Ja guck mal wie kannst du so Wenn du ganz genau her guckst Kannst du nicht sehen Wir machen Sterne Ja Redsternfeuer Wo bist du eigentlich Keine Ahnung ich seh dich nicht mehr Komm was ich glaube ob das steht Ach da Ach da Ich muss gerade angreifen Ich muss gerade angreifen Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen So warte ich mal ganz kurz Ja das geht dann Das geht dann Wir hatten immer ganz geil Ja ähm Fusion Eins und rüber Okay Warte mal ich will mir mal angucken Ich guck's dir Sehr schön Ja Sternstaubreaker Siehst du? Sternstaubreaker Was? 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 Runter Und dieser Donner Heißt du Energieläste voll haben musst Habe ich den? Ne warte Wenn's blau wird Hast du dir vor So dann halt den nachher unten drücken Und jetzt Sternjob break Was muss ich denn machen? Und nach oben Ne So ne Ja Und dann noch bis zu mir Ach so Boah Alter Das ist ja übelst anstrengend Leute 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 Ich glaub das ist voll die Falle Wahnsinn Egal Hauptsache ich spiele erstmal ein super Servietchen Und kann aber auch nicht zuschlagen Oh man Man Ey Hör auf mich zu beschießen Siehst du wenn ich das gleich mit dir machen würde Mann Ich hab extra eins los geschossen Was ist das ich jetzt noch treffen kann? Verdammt warum Wolltest du wirklich leben? Na weil du konntest kam ja mehr ab oder nicht Oh Naja ganz knapp wa Soll er mal schnell fusionieren? Ah ne was ist schon getreift Was muss ich denn machen? Zurück zu normalen Formen Ne das will ich nicht Au Au Kannste ich zum Supervegeto werden? Nein doch konnte ich Eigensens wärst du nicht dargestellt Deswegen hab ich den Texte mit reingenommen Der ist jetzt Bin ich denn Warte Du stehst da rechts Du siehst deinen Fuß noch Ach klar Ja du stehst der Fuß da Ich kenn's immer noch Supervegeta Irgendwie sieht das anders aus aber ich weiß nicht Was ist denn das da rüber? Egal Das krieg ich schon alles raus irgendwann Wenn ich dich mal treffen würde Shit ich glaub ich flieg mir da rein Ne passt Warum hört er denn nicht auf mit Fliegen? Ich mein ich würd zwar cool schnell zu sein Aber so schnell ist glaub ich ein bisschen kacke Irgendwie hat wohl ein bisschen mehr Spaß gemacht Ja irgendwie seh ich da mehr Ja das muss ich ehrlich sagen Also Dragon Ball Set ist bestimmt wenn man's kann Geiles Spiel aber wenn du so ein Neuanfänger bist Der so Geil Das Spiel vielleicht dreimal im Jahr spielt Dann drückst du hier ein bisschen A Bist vielleicht doch mit Energieaufladen beschäftigt Wie ich frage Und konzentrierst dich auf irgendwelche Attacken die irgendwie funktionieren sollen Nein kommt 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 Och Maaan So wie ich gerade Mhm Aber die funktioniert sogar Ja Und das ist dann eigentlich auch Glückssache Wurd ich mal sagen Das sieht nicht gut aus Ohhhh Das sieht nicht gut aus Aber aus so an sich gefällt mir das Spiel gerade Ja Ich weiß nicht wie das kommt Nun Mhm Aber Es geht nicht mit immun impact Aber com